Herzlich willkommen an der Hochschule für Technik Stuttgart. Hier zur Vorlesung Verteilte Systeme, die stattfindet als Modul der Bachelorstudiengänge Informatik, Digitalisierung und Informationsmanagement und Wirtschaftsinformatik. Ich bin Gero Lückemeier und ich erkläre Ihnen jetzt, wie im Rahmen dieser fünften Vorlesung Web Services mit REST aussehen werden. Die Lernziele für diese Veranstaltung sind, dass Sie erstmal den Begriff von Web Services und die Motivation, warum man eigentlich Web Services macht, erklären können. Am Ende der Veranstaltung sollten Sie auch die Idee hinter REST for Web Services erklären können, sowie deren Umsetzung, die ja mittels HTTP und URIs stattfindet. Das erkennen Sie im Laufe dieser Vorlesung. Als praktisches Anwendungsziel sollen Sie REST for Web Services auf verschiedenen Wegen in Java entwickeln und nutzen können. Das ist dann also die Anwendungskenntnis des Ganzen. Das übersetzt sich in folgende Agenda. Zunächst werde ich den Begriff Web Service erklären und nochmal näher motivieren, warum man die denn überhaupt gut brauchen kann. Was wir dann brauchen, sind noch ein paar Gedanken, da wir uns jetzt definitiv im Web bewegen, also im offenen Internet. Welche Sprachen, was können wir denn benutzen, um unsere Daten von einem Knoten, der jetzt ans Internet angeschlossen ist, zu einem anderen zu übertragen. Danach schauen wir uns an, wie wir den Web Services insgesamt technisch realisieren können, welche generellen Optionen es gibt und werden dann auch eine davon auswählen. Und ich erläutere Ihnen dann, was es mit REST, Representation und State Transfer auf sich hat. Die wesentliche Idee erstmal und dann, wie man das Ganze umsetzen kann. Wir setzen es dann als erstes mit Java Servlets um, in einer Standardsoftware, in einem Application Container, nämlich Apache Tomcat. Servlets und den Apache Tomcat haben Sie ja im Rahmen der Vorlesung der letzten Woche schon kennengelernt. Kommen wir also zum Begriff und Motivation der Web Services. Web Services, da spricht das W3C davon, dass es sich um eine Softwareanwendung handelt, identifiziert über eine URI, das heißt, über die können Sie sie zugreifen. Und die Schnittstellen und die Bindungen, die kann man definieren, beschreiben und entdecken als XML-Artefakte. Es gibt einen Web-Service-Ansatz namens SOAP, da werden wir drauf kommen. Da werden Sie sehen, da ist heute noch alles XML. Ansonsten sehen Sie gleich bei der Betrachtung Sprachen im Web, dass man heute einiges auch ohne XML macht. Das UDI-Konsortium, das spricht etwas abstrakter von sich selbst enthaltenen, also selbstständig lebensfähigen, modularen Geschäftsapplikationen, die offene, internetorientierte und standardbasierte Schnittstellen haben. Das trifft es in dieser Allgemeinheit für Web Services schon eher. Es sind hier keine rein technischen Beschreibungen mehr, wie Sie sehen, sondern es geht hier um Anwendungen, Softwareanwendungen, Geschäftsanwendungen und so weiter. Und letztlich ist das Prinzip immer, wenn Sie einen solchen Service als Service bauen, dass dann Sie damit rechnen, dass Sie irgendwelche Requests, irgendwelche Anfragen über das Internet bekommen und dann Ihre Antworten wieder in das Internet hineinschicken. Warum gerade jetzt Web Services, Services über das Internet? Sie haben mit dem Internet diese riesige offene Plattform, die bekannte erprobte Standards als Grundlage verwendet. Das heißt, viele, viele andere haben sich dort angeschlossen. Es ist sehr plattformunabhängig. Sie können von Ihrer Smartwatch bis hin zu einem Cloud Computing Knoten alles anschließen für sehr günstiges Geld. Und obendrein partizipieren Sie automatisch. Wenn sich im Internet die Backbone-Geschwindigkeit weiterentwickelt, dann bekommen Sie das automatisch mit über höhere Geschwindigkeit. Sie können besser skalieren und immer mehr Marktanbieter sind da, sodass Sie immer mehr Leistungen nutzen können. Obendrein, dazu tragen wir heute mit dieser Vorlesung auch ein bisschen bei, ist das Entwicklerwissen weit verbreitet und demnach auch relativ gesehen günstig zu haben. Wenn Sie eine proprietäre Technologie haben, wo es ganz wenige Entwickler gibt, dann sind die meistens teurer. Es gibt dann diese Netzeffekte. Dadurch, dass bereits sehr viele Marktteilnehmer angeschlossen sind und sehr viele Dienste laufen, die Sie kostengünstig benutzen können, überträgt sich so ein bisschen das, was wir im Softwarebereich bei der Entwicklung gesagt haben, Standing on the shoulders of giants. Sie können neue Produkte schaffen, indem Sie einfach bestehende kostengünstig kombinieren, nutzen und so weiter. Viele der Dienste waren ursprünglich stark darauf ausgerichtet, dass Sie das Ganze manuell mit Webbrowser nutzen, also dass Sie irgendwelche Webformulare haben und die Eingaben gehen dann in das Backend, gehen dann auf den Server. Gleichzeitig wollen Sie im Unternehmensumfeld natürlich häufig Daten aus Ihren Systemen direkt in Web-Services geben und von denen eine Antwort bekommen. Dafür brauchen Sie eine automatische Nutzung. Das war aufwendig mit einem Webformular, weil dann irgendeine andere Software die Daten in ein Formular einfüllen muss und immer dann, wenn sich das Formular ein Stück ändert, dann funktioniert vielleicht diese Software nicht mehr. Das ist nichts, was Sie auf Dauer machen wollen, also brauchen wir eine standardisierte, eine automatisierte Schnittstelle. Schauen wir jetzt auf die Sprachen im Web. Sie sehen ja hier rechts unsere Aufstellung, verteilte Anwendungen, schematisch. Wir haben also unten diese verteilten Systemknoten und das Kommunikationsnetz, die das verteilte System bilden. Beim Kommunikationsnetz sprechen wir jetzt davon, dass es das Internet ist. Die große Frage ist, deswegen hier das Fragezeichen unter diesem roten Pfeil, wie fließen jetzt die Daten von einem verteilten Systemknoten zum anderen, von einer verteilten Anwendungskomponente letztlich zur anderen. In Java, da würden Sie zum Verschicken, wir haben ja schon festgestellt, dass man das Marschaling, beziehungsweise das Wiederauspacken dann Unmarshaling nennt, würden Sie zum Verschicken in Java immer Serialisierung benutzen. Die ist schon vorhanden, die können Sie leicht einbetten und das haben Sie in Programmieren 1 und 2 auch schon gelernt. Wegen der Offenheit des Internets, die wir gerade noch als Vorteil herausgestellt haben für Web Services und für die Chance, dass viele dieses Angebot nutzen können, ist es aber so, dass ja gar nicht jede Gegenstelle Java nutzt. Das heißt, wenn Sie eine andere Programmiersprache nutzten, dann müssten Sie ja mühselig nachbauen, wie in Java die Serialisierung oder dann gerade auch das Auspacken, dieses Unmarshaling, diese Deserialisierung funktioniert. Deswegen kommt man dann schnell zu der Idee, wir möchten doch eigentlich eine allgemeinere Sprache benutzen. Die erste allgemeinere Sprachbasis, die Sie kennengelernt haben, war XML. Da haben Sie in Programmieren 2 auch schon erste Übungen dazu absolviert. Die zweite allgemeinere Sprachbasis, und das ist eine, die heute sehr verbreitet ist, JSON, JavaScript Object Notation. Da gehen wir gleich noch ein Stück weiter drauf ein. Und die dritte, die man heute in den Sinn bekäme, wenn man an etwas Kurzes denkt, wäre YAML. Dort haben Sie aber keine Typisierung. YAML heißt yet another markup language. Das letzte wäre, Sie könnten noch mit etwas ganz proprietärem, eigenem kommen. Dann haben Sie aber alle Nachteile, die Sie bei Java haben. Plus, die Verbreitung ist noch geringer. Sie haben noch weniger Gegenstellen, die mit Ihnen da kommunizieren können. Und noch weniger verfügbare Fachkräfte, die sich dieses Proprietäre überhaupt anschauen werden. Unter XML kann man heute mit HTML ja auch HTML subsumieren, weil es über eine XSD in XML abbildbar ist. Das ist nur am Rande. Schauen wir uns also XML und JSON nochmal im Vergleich an. XML, die Extensible Markup Language, Basis vieler Markupsprachen. Auch HTML kann man so darstellen heutzutage. Und in XML ist der große Vorteil, dass Sie reflexiv in sich selbst diese Konsistenzprüfung durchführen können. Also eine Extensible Schema Definition, eine XSD, ist wieder eine XML-Datei. Und dann können Sie das nicht nur automatisiert prüfen, sondern Sie können auch mit XSLs, Extensible Startsheet Language, können Sie spezielle Software, die es schon gibt, Standardsoftware, sogenannte XSLT-Prozessoren einsetzen. Und in diesen XSLs stehen Regeln drin, wie Sie ein XML, was einer DTD, einer XSD genügt, umwandeln können in ein XML, was einer anderen XSD genügt. Also wirklich dazwischen konvertieren können, automatisch. Und Sie brauchen nur diese Beschreibung. Die andere Variante ist JavaScript Object Notation, kurz JSON, standardisiert. RFC ist ein Internetstandard. Und diese JSON-Syntax, die verwendet JavaScript für den Datenaustausch. Und da können Sie Instanzen strukturierter Daten speichern. Es gibt auch Meta-Beschreibungsmöglichkeiten über JSON-Schema, ähnlich also wie XSDs, viel weniger verbreitet. Und ganz wichtig, es gibt für viele, viele Sprachen hier Parser. Ja, schauen wir uns JSON jetzt noch mal etwas genauer an. Ich habe Ihnen hier rechts den allgemeinen Aufbau mitgebracht, aber um das ein bisschen zu illustrieren. JSON-Dateien können entweder ein Objekt oder ein Array beinhalten. Und das kann wiederum beliebig hierarchisch oder nebeneinander geschachtelte Einträge enthalten. Jeder einzelne Eintrag ist ein Paar der Formen Name und Wert. Jeweils in Anführungszeichen. Und ich habe Ihnen hier ein erstes kleines Beispiel mitgebracht. Einen Autor. Da sehen Sie das eigentliche JSON-Objekt. Wenn Sie hier auch oben rechts schauen in dem Syntax-Diagramm. Das Objekt steht in geschweiften Klammern und ist jetzt ein Whitespace, gefolgt von einem String zum Beispiel. Danach kommt ein Whitespace und ein Doppelpunkt. Und dahinter folgt jeweils ein Wert. Wobei die Werte dann noch mal Komma getrennt sein oder Objekte Komma getrennt sein können in dieser Liste. Also nach Value könnten Sie zu Komma gehen. Oder es ist nur ein einzelnes Objekt, dann gehen Sie bei der geschweiften Klammer gleich wieder raus. Unser Autor-Beispiel hier. Da sehen Sie, dass der Autor in sich jetzt wieder ein Objekt beinhaltet, diese Autor-Beschreibung. Und das sind nämlich dann diese beiden Strings, quasi Attribute. First Name und Last Name. Und hinter dem Doppelpunkt steht dann jeweils der Wert in Anführungszeichen. Das aufwändigere Beispiel dieses Quizzes hier in der Mitte. Da sehen Sie, dass das ganze JSON-File jetzt ein Quiz beinhaltet. Das Quiz offenbar soll das Quiz sein, was Mathematik heißt. Und da drin steckt dann jetzt eine Liste von Fragen. Die erste Frage, diese Q1. Die zweite Frage sehen Sie dann weiter unten nach dem Komma Q2. Jede einzelne Frage ist offenbar noch mal ein Objekt. Und beinhaltet dann als Attribute einmal die eigentliche Question, welcher Fragetext soll dargestellt werden. Dann die Auswahlmöglichkeiten, Choice. Choice sehen Sie hier, da steckt ein Array drin. 10, 11, 12, 13. Und Answer ist dann die korrekte Antwort. Und damit könnten Sie eine Software schreiben, die beliebige Quizzes einfach darstellt, wenn Sie diese JSON-Dateien einliest und stellt einfach eine Frage nach der anderen dar. Schauen wir uns jetzt Web Services mit REST genauer an. REST heißt eigentlich Representational State Transfer. Das stand auf der Übersichtsfolie schon kurz drauf. Die Idee von REST ist schon über 20 Jahre alt inzwischen. Und Roy Fielding hat das in seiner Doktorarbeit beschrieben. Nämlich eigentlich als Architekturstil. Und hat gesagt, mit diesem Architekturstil können wir netzwerkbasierte Softwarearchitekturen sinnvoll entwerfen. Und die Idee ist, dass wir versuchen, keine große Spezifikation mehr durchzuführen, sondern dass wir ein vereinfachtes Modell einsetzen, was bestimmte Dinge einfach als Konvention schon hat, als Standard. Und der Denkansatz ist hier, alles ist eine Ressource. Wir arbeiten also ressourcenorientiert. Denn diese Ressourcen, die haben wir ja schon im Internet. Denn solche Ressourcen, die rufen wir ja ab. Und die rufen wir genau über URIs ab. Damit können wir die identifizieren. Jetzt ist noch die Frage, wie können wir denn damit arbeiten? Und das einfachste Modell, was wir kennengelernt haben als Programmiermodell, war der entfernte Prozeduraufruf. Ich habe Ihnen ja letztes Mal schon verraten, der ist heute auch der verbreitetste eigentlich. Das heißt, die zweite Idee, die hier Fielding eingebracht hat, war, wir haben doch das HTTP-Protokoll. Das nutzen wir schon im Webbrowser ständig, um Ressourcen abzurufen und so weiter. Wir nutzen einfach dessen Methoden als Kommandos zur Ressourcenbearbeitung. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. HTTP hat auch Statusrückgaben. Hatte ich Ihnen letztes Mal gezeigt. 200 für OK, 404 für Not Found und so weiter. Und wir nutzen diese Statuscodes als Rückgabecodes, die anzeigen können, ob etwas erfolgreich gelaufen ist oder nicht. Und wenn ich jetzt einen normalen Get-Zugriff mache, wie mit dem Webbrowser, dann bekomme ich logisch gesehen eben eine fachliche Entität über HTTP. Beispiel unseren Autor, den wir eben da gesehen haben. Was wir beachten müssen, Sie wissen noch, HTTP ist zustandslos. Jedes einzelne Request läuft erstmal einzeln für sich. Müssen Sie also den gesamten Zustand immer in die Ressource reinstecken und gegebenenfalls immer mit übertragen. Schauen wir uns diese Methodenzuordnung nochmal ein bisschen genauer an. Einzelne von Ihnen haben ja die Vorlesung Datenbanken schon gehabt, andere noch nicht. Wenn wir kurz überlegen, es genügt für Entitäten ein ganz reduzierter Befehlssatz erstmal, mit dem ich normalerweise so ziemlich alles hinbekomme. Create, ich müsste zum Beispiel einen neuen Autor in unsere Literaturbasis aufnehmen können. Read, ich möchte die Daten zu dem Autor auslesen. Update, Autor heiratet beispielsweise und ändert dadurch den Namen. Und Delete, ich möchte ihn wieder entfernen können. Kurz nennt man das CRUD. Und das könnte ich genau abbilden über diese vier HTTP-Methoden. Get, Put, Post und Delete. In HTTP nutzen Sie MIME-Types, um anzuzeigen, welche Typen drinstecken. Und die könnten Sie gleich auch weiterverwerten. Wenn wir uns das jetzt anschauen, ich habe hier diese Methoden mal nach dieser CRUD-Logik sortiert. Und zum Erzeugen könnten wir hier die Methode Post verwenden. Zum Auslesen, klar, das Get, das hatte ich schon erwähnt. Zum Aktualisieren dann das Put und zum Löschen, klar, auch das Delete. In SQL wären das genau die äquivalente Create, Select zum Auswählen bzw. Lesen, Update und Delete. Was soll uns diese Spalte Threadsafe hier sagen? Wir hoffen ja, dass unser Web-Service irgendwann ein großer Erfolg wird und dass viele zugreifen. Welche dieser Methoden können auch ganz, ganz viele gleichzeitig ausführen. Und da ist natürlich nur das Get 100% sicher. Wenn alle gleichzeitig lesen, passiert nichts. Sonst, sobald andere Methoden ins Spiel kommen, muss man synchronisieren und sicherstellen, dass die Änderungen in der passenden Reihenfolge passieren. Schauen wir uns das am Beispiel einer REST-Schnittstelle an für das Studierendenmanagement. Sie würden auf Ihrem Server also eine virtuelle Ressource, ein Verzeihnis anbieten, slash students und wenn man dort drauf einfach ein Get ausführt, dann kann man eine Liste aller Studierenden lesen. Möchte ich jetzt einzelne abrufen, dann brauche ich deren ID und kann dann auf das virtuelle Unterverzeihnis sozusagen, was den Namen ID hat, also mit der passenden Nummer, die hier eingesetzt wird, zugreifen und dann lese ich die Detaildaten der oder des Studierenden mit dieser ID aus. Beim Post, wo ich einen neuen Studierenden erzeuge, da brauche ich natürlich keine ID, denn das System wird diese ID ja erst automatisch vergeben. Und beim Put, da habe ich wieder diesen Unterpfad mit der ID, weil ich da über die ID bestimme, welche Ressource, welchen konkreten Studierenden, welche konkrete Studierende aktualisiere ich denn da mit Werten. Bei Delete normalerweise genauso haben sie slash student slash ID und löschen damit Studierende oder Studierenden mit diesem Identifikator. Es wäre natürlich denkbar, bei Delete auch das ganze Verzeihnis slash students zugestatten. Das wird man aus Sicherheitsgründen normalerweise nicht machen. Schauen wir uns jetzt die technischen Umsetzungsalternativen an. Also die erste Umsetzungsalternative wäre ganz klassisch, wenn ich nur Gets brauche, wenn ich einen statischen Service habe. In den Anfangstagen des Internet gab es das oft, dass statische Homepages existierten. Dann kann ich es ohne Programmiersprache. Dann verschicke ich einfach HTML und Links auf so ein Get-Request und bin fertig. Ich könnte Web-Services auch mit konventionellen Programmiersprachen umsetzen. Also Beispiel Plain-C. Die Middleware, die Service-Schicht der Web-Server, so etwas wie der Apache-Web-Server, bieten ein sogenanntes Common-Gateway-Interface. Und damit können Sie bis runter zum Shell-Skript oder Python oder C alles einbinden, solange die die passende Ausgabe erzeugen. Und dieses Gateway leitet die dann einfach raus als Serverantwort an den Anfragenden. Trotzdem etwas unhandlich und für uns auch nicht ganz zweckmäßig, denn wir sind ja in Java unterwegs. In Java können Sie einmal hergehen und verarbeiten diese HTTP-Requests direkt. Die erste Variante wäre die komplette Eigenverarbeitung. Und das haben Sie ja schon kennengelernt, denn Sie haben ja bei Sockets schon alles eigenverarbeitet. Wenn Sie jetzt überlegen, dass das HTTP-Protokoll nochmal aufwendiger ist, dann sehen Sie, dass diese Eigenverarbeitung irgendwie doch unattraktiv ist. Also haben wir im nächsten Schritt ja Surplates in einem Application-Container schon kennengelernt und auf die können wir uns doch erst mal abstützen. Also wäre das die erste Alternative, die wir hier betrachten und auch weiterverfolgen. Die nächste generelle Alternative ist, wir fangen jetzt an und setzen auf Frameworks. Das erste Framework, was man da nennen könnte, es gibt ein Web-Service-Framework, also JAX-WS. Verwenden wir doch einfach dieses große Framework und nehmen daraus einfach den Teil, der irgendwie relevant ist für uns, wenn wir einen REST-Web-Service machen wollen. Auf der anderen Seite, warum schweres Gepäck verwenden, wenn auch leicht es geht? Sie können ein spezialisiertes Framework verwenden, nämlich das spezialisierte JAX-RS-Framework. Standardisiert in einem Java-Specification-Request, kurz JSR. So läuft seit einigen Jahren ja die Erweiterung von Java. Und seit einigen Jahren gibt es bei solchen Erweiterungen auch Beispielimplementierungen, also gleich eine fertige Bibliothek, die Sie verwenden können. Im Fall von JAX-RS hört die auf den Namen Jersey. Und das ist auch der zweite Ansatz, den wir dann später mal gehen werden. Der dritte ist, den wir uns anschauen werden, hier also gelistet als Alternative Nummer 4. Man könnte ein umfassendes Framework verwenden, wie Spring Boot, das dann noch wesentlich mehr bietet als nur den Web-Service-Teil. Und dass sich das lohnt, das werden wir in einer Weile noch sehen, denn das soll die dritte Alternative sein, die wir in der Umsetzung betrachten. Schauen wir also nochmal auf unsere Servlets. Dort hatten wir festgestellt, wenn wir Sockets entwickeln, dann bewegen wir uns unten gerade so auf dieser Ebene Netzwerk, Hardware-Treiber, Betriebssystem und Programmiersprache-Compiler. Also eher nicht auf den Schultern eines Riesen, sondern eher so an den Füßen. Und haben dann ja festgestellt, wenn wir jetzt einen Application-Server hinzunehmen, der uns die Fehlerbehandlung, Verbindungsaufbau, Abbau und so weiter abnimmt, dann kommen wir schon mal so ungefähr hin, dass wir jetzt Beine haben, auf denen wir stehen können. Und weitere Schritte werden dann sicher sein, Bibliotheken und Frameworks. Das habe ich gerade schon angesprochen. Wir stehen hier also irgendwo so ungefähr auf Gürtelhöhe. Unser HDD-B-Servlet, das sah ungefähr so aus wie hier rechts im Beispiel. Unser erstes Beispiel hatte noch diese Annotation-Add-Web-Servlet, wo Sie den Pfad reinschreiben und wo Sie weitere Zusätze in die Annotation reinschreiben können, Namen und Ähnliches. Sie können in Eclipse gleich den New Servlet Wizard verwenden. Dann erzeugen Sie die Einträge in diesen Tomcat-Konfigurationsdateien automatisch. Dann steht in Server-XML und Web-XML nämlich jeweils das Passende drin. Und dann brauchen Sie diese Annotation nicht mehr. Das macht dieser Eclipse Wizard. Das ist in weiten Teilen eine Geschmacksfrage, ob ich selber diese Annotation im Code haben möchte und dann konfiguriert mir der Starter automatisch diese Konfigurationsdateien oder ob ich lieber den echten Eintrag in der Konfigurationsdatei haben möchte, sehe, was passiert, spare die Zeile Code ein und muss dafür natürlich die Konfigurationsdateien auch alle sauber mit versionieren. In Eclipse ganz generell kommen Sie an dieses Servlet heran, in dem Sie ein New Project Dynamic Web Project machen und in einem späteren Schritt dieses Wizards, da sollten Sie anklicken, dass Sie diese Web-XML, diesen Deployment Descriptor, auf jeden Fall mit generieren lassen, damit Sie auch immer sehen können, was steht denn dort wirklich drin und sich das nochmal anschauen können. Das hier läuft also völlig gleichwertig zu dem ursprünglichen Servlet, was wir in der vorigen Übung gesehen haben. Jetzt wollen wir uns ein größeres Multi-Tier-Beispiel anschauen, nämlich Web-Services zur Notizverwaltung. Ich hatte angesprochen, wir brauchen hier fachliche Entitäten. Wir möchten eine Notizliste haben, das ist unsere große Hauptentität. Wir möchten dann Notizen haben und eine Notiz hat jeweils eine synthetische ID, einen Titel, einen Inhalt und einen Autor, wobei Autor hier nochmal ein Objekt ist, sozusagen in dem Sinne eine fachliche Entität, eine eigene, damit wir auch sehen, wie hier so eine Beziehung funktioniert und der Autor selbst wird wieder eine synthetische ID brauchen, damit wir ihn gut finden können, Namen und Vornamen. Und wir wollen das sauber trennen, deswegen habe ich hier auch mal Multi-Tier-Beispiel geschrieben. Sie wissen ja, dass Sie so eine Datenschicht haben können. Das heißt, diese fachlichen Entitäten sollten im Grunde reine Datenobjekte sein, die man dann nur vielleicht irgendwo auf eine Speicherung mappt. Das lassen wir im ersten Beispiel hier wahrscheinlich weg. Und klar, wir werden die auch marscheln müssen, auch verpacken müssen, um sie dann an unsere Clients schicken zu können. Und wir brauchen natürlich den eigentlichen Service, der nach außen lauscht und diese Anfragen verarbeitet. Das heißt, es wäre sofort denkbar, dass wir in unserer Applikation ein Unterpackage Service haben und ein Unterpackage Entity, um diese beiden Bereiche zu trennen. Was man jetzt noch überlegen muss, wo passiert denn dieses Verpacken, dieses Mapping? Und dafür haben wir mehrere Optionen, aber ich glaube, das besprechen wir während des Codings. Das ist, was wir, in der Oppläss pus Давайте kommen. Untertitelung des ZDF, 2020